Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Achtung Buch und darum geht es heute. Geist in Stein ist der Titel von meinem lieben Kollegen Charles Fleischhauer geschrieben. Das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer angucken. Ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sagen darf, es wird spannend. Jetzt geht es los. Ja, wunderschön, dass du bei mir bist, lieber Charles. Ich habe heute die große Ehre, mit dir über dein Buch Geist in Stein zu sprechen. Ich freue mich da besonders und vielleicht als Einstieg ein kurzes Geplänkel. Wir waren ja Ende des letzten Jahres im Kino, in dem neuen Napoleon-Film. Und was uns da ja verwundert hat, war ja eigentlich, dass das eins der wichtigsten Kapitel überhaupt gar kein, also gar nicht vorkam in dem Film. Nämlich das berühmte Jahr 1813 mit der Völkerschlacht bei Leipzig, um die es heute entfernt auch gehen soll. Schön, dass du bei mir bist. Ja, Frank, ich freue mich tierisch, dass du mich eingeladen hast und mir die Möglichkeit gibst, hier in diesem Medium ein bisschen über mein neues Buch zu sprechen. Ja, ich halte es auch nochmal in die Kamera. Wunderschönes Cover, spricht mich total an. Und da war ja unser lieber Daniel auch nicht ganz unbeteiligt, glaube ich. Ja, das Cover als auch die Grafiken im Buch hat Daniel gestaltet, nach meinen strengen und pedantischen Vorgaben, aber er hat das super gut umgesetzt. Und was du angesprochen hast, dass die Völkerschlacht bei Leipzig in diesem neuen Napoleon-Film nicht vorkommt, hat mich persönlich nicht überrascht. Ich hätte vorher fast schon darauf gewettet, weil alles, was im Entferntesten, zumindest nehme ich das so wahr, die deutsche Geschichte vielleicht in einem positiven Licht darstellen würde, wird bei Hollywood, glaube ich, gern ausgeblendet. Aber es ist natürlich schon ein bisschen merkwürdig, weil eben halt diese Völkerschlacht bei Leipzig Napoleons größte und entscheidende Niederlage war. Und das jetzt in so einem biografischen Film gänzlich auszublenden, ist natürlich auch historisch fahrlässig, könnte man sagen. Könnte man sagen. So, jetzt hast du dich in deinem Buch mit dem Völkerschlachtdenkmal, was dieser, wie der Name schon sagt, Völkerschlacht 1813 gewidmet ist oder sein soll. Das ist die große Frage. Warum hast du jetzt ein Buch darüber geschrieben? Wie kamst du zu? Ja, das ist eine interessante Geschichte. Zum einen ist das Völkerschlachtdenkmal das größte Monument dieser Art in ganz Europa. Also vielleicht sogar in der Form weltweit. Das heißt, wir haben es hier mit einem Bauwerk zu tun, was allein schon aufgrund seiner Größe und, ich würde so sagen, seiner brachialen Ästhetik irgendwie interessant ist. Offiziell ist das Bauwerk dem Gedenken an diese Völkerschlacht gegen Napoleon gewidmet, was ja an sich auch schon total interessant ist und Grund genug wäre, sich mit diesem Denkmal näher zu befassen. Aber in der Zeit, vor einigen Jahren, als ich noch in der Freimaurerei aktiv war, da ist mir immer in den Freimaurerlogen so ein Gerücht zu Ohren gekommen, über das aber auch niemand jetzt wirklich näher Bescheid wusste. Und dieses Gerücht besagte halt, dass es sich bei dem Völkerschlachtdenkmal eigentlich um ein freimaurerisches Bauwerk handeln solle. Und das fand ich damals schon super spannend, hatte das Denkmal aber noch nie gesehen und noch nie besucht. Und im letzten Jahr, seit ich jetzt in Leipzig bin, habe ich unzählige Male, bin ich da hingefahren und habe mir das Teil angeschaut. Und es hat mich enorm fasziniert und mir wurde relativ schnell klar, dass es sich ganz sicher nicht um ein profanes Bauwerk handelt, sondern um eine Art Tempel im weitesten Sinne. Aber die Frage, die sich mir dann auch gestellt hat, war, was für eine Art Tempel denn? Und auch freimaurerische Symbolik begegnet uns auf den ersten Blick nicht. Das heißt also, selbst aus dieser Sichtweise kann man nicht sofort erkennen, was es jetzt so damit auf sich hat. Aber mein Forschergeist konnte das dann nicht darauf beruhen lassen, sondern ich habe mich sehr intensiv damit befasst. Ich habe erst mal die Literatur, die es zu dem Thema schon gibt, gewälzt und dann festgestellt, dass eigentlich auch niemand so richtige Antworten hat. Und in meinem letzten Griechenlandurlaub, da habe ich ein orthodoxes Kloster besucht. Und in den orthodoxen Klöstern und Kirchen hängen ganz viele Ikonen. Und da war eine Ikone, die das jüngste Gericht abgebildet hat. Und als ich mir die so näher anschaute, wurde mir klar, dass das, was man auf dieser Ikone sah, diese Darstellung des jüngsten Gerichts aus eben orthodoxer Sicht, eine große Ähnlichkeit aufwies zu der Struktur des Völkerschlachtdenkmals. Und da ist bei mir irgendwie so ein Groschen gefallen. Das war wie so ein Rosettastein, wo ich gesagt habe, okay, wenn wir das Ganze mal aus der Sichtweise betrachten, dann ergibt es irgendwie Sinn, diese ganze Symbolsprache dieses Bauwerks. Und dann habe ich es nochmal neu praktisch für mich erforscht und bin der Meinung, dass ich den Symbolcode eigentlich knacken konnte, zumindest in die größten und wesentlichen Teile und aufzeigen kann, dass neben dieser offiziellen Bedeutung als eine Art Freiheitsdom der Deutschen, der an die Völkerschlacht mahnt, dem Bauwerk eben auch eine, könnte man sagen, geistig-spirituelle Bedeutung zukommt im Sinne eines Heiligtums. Und das habe ich dann im Buch detailliert gezeigt, aufgezeigt und durch Daniels schöne Grafiken auch plastisch gemacht, dass der Leser das dann auch verstehen kann, weil nicht jeder hat die Möglichkeit, da hinzufahren und sich das Gebäude dann selbst anzuschauen, was ich aber auch empfehle. Dadurch ist die Arbeit mit Bildern jetzt eigentlich unerlässlich dabei. Also es ist auch ein Bilderbuch. Genau. Und wir können ja mal Bilder zeigen. Wir hatten ja kürzlich die Ehre, von dir eine ganz persönliche Führung um und durchs Völki zu haben. Umgangssprachlich Völki, ja, für die Ortsansässigen gemeint ist das Völkerschlachtdenkmal. Ja, sieht man hier, wie wir auf das imposante Denkmal blicken. Aber deinen Recherchen zufolge ist ja das Denkmal im Prinzip nur ein Teil einer viel größer angedachten Struktur. Und da muss man sich ein bisschen mit dem Baumeister beschäftigen. Und das hast du getan. Genau, das ist total interessant. Also ähnlich wie zum Beispiel die Cheops-Pyramide Teil des Gizee-Plateaus ist, ist auch das Völkerschlachtdenkmal, also dieses Gebäude, was wir hier auf den Bildern sehen, Teil einer etwas größeren Anlage. Und die richtige Bedeutung des Bauwerks kann man nur verstehen, wenn man diese Gesamtanlage mit einbezieht, die dort im Osten Leipzigs errichtet wurde. Und der Baumeister, auf den das Ganze zurückgeht, ein Mann namens Clemens Thieme, den heute kaum noch jemand kennt, den ich aber für ein, ja, weinah schon für so eine Art Genie halte, also einen ziemlich genialen Typen, der hat halt diese Gesamtanlage konzipiert und war auch derjenige, nach dessen Vorstellungen der ausführende Architekt Bruno Schmitz, der übrigens auch das Kiffhäuser-Denkmal und einige Kaiser-Wilhelm-Denkmäler in Deutschland errichtet hat, dieses Denkmal jetzt entworfen hat. Also der Architekt war Bruno Schmitz, aber der Bauherr und derjenige, dessen Ideen dort umgesetzt wurde, war eben dieser besagte Clemens Thieme. Und der war selbst auch Freimaurer. Und wenn man sich so ein Monument anschaut, könnte man ja meinen, das wurde irgendwie von staatlicher Seite geplant, finanziert und gebaut, also dass das jetzt im Kaiserreich entstand. Aber tatsächlich ist das ganze Denkmal und sein Areal durchs Bürgertum selbst finanziert worden. Also der Clemens Thieme hat einen Verein gegründet, den sogenannten Deutschen Patriotenbund, und die haben das Geld gesammelt, um dann dieses Bauwerk zu errichten. Und insofern ist es auch Ausdruck, könnte man jetzt so ein bisschen nationalromantisch sagen, irgendwie so der Volkskraft oder des deutschen Volkes. Also es wurde hier nicht von irgendeiner Dynastie errichtet. Wir können ja mal auf die Pläne schauen, in der ersten Grafik von Daniel, wie das Ursprüngliche angedacht war und so aber nie in Gänze umgesetzt wurde. Also man sieht heute halt immer nur diesen hinteren Teil, wie hier auf der Grafik, das Wasserbecken und das Denkmal. Und davor war ja im Prinzip nochmal ein fast größeres Areal geplant als Sportarena oder wie, was ist da dargestellt? Genau, also das heutige Denkmalsareal umfasst das Denkmalgebäude und das Wasserbecken, was sich davor befindet. Es war aber ursprünglich angedacht, dass sich davor noch ein Sportstadion, eine sogenannte Kampfbahn, befinden sollte. Die wurde aber nie gebaut, weil die finanziellen Mittel dann fehlten. Wenn man jetzt aber das Bauwerk als geistiges Heiligtum betrachten möchte, so wie ich das jetzt gemacht habe und wie wir es jetzt mal exemplarisch machen, muss man diese Kampfbahn sich praktisch virtuell dazu denken. Sie wurde zwar nie in der Realität gebaut, aber sie war Teil des Plans. Und dann ergibt sich dieses Bild für die Gesamtanlage. Und jetzt muss man sich das Ganze so vorstellen, Heiligtümer sind als Abbilder der geistigen Welt, geben dem Besucher die Möglichkeit, sich als Seele symbolisch, da muss man jetzt ein bisschen esoterisch denken, zu vervollkommenen. Das heißt, der Weg zum Heiligtum ist ein Weg der geistigen Vervollkommnung. Und wenn man jetzt aus der Stadt Leipzig als Symbol, als Abbild der profanen oder auch materiellen Welt kommt, dann würde man auf diesem Areal als erstes diese Kampfbahn, die wie gesagt nie gebaut wurde, betreten. Und die betrachte ich als ein Ort der sittlichen Vervollkommnung, weil der Mensch, der diese durchläuft, und da müssen wir jetzt symbolisch denken, dort praktisch im sportlichen Wettkampf seine Kräfte mit anderen misst, aber eben unter den Regeln der turnerischen Fairness. Man kann hier nicht schummeln und betrügen, man muss praktisch unter ehrlichen Prinzipien folgend sich behaupten. Das heißt, auf der Kampfbahn wird jetzt die Seele des Adepten, also desjenigen, der in diesen Einweihungsweg geht, erstmal sittlich vervollkommnet. Man erlernt die Prinzipien der Humanität. Und wenn wir dann weiterschreiten, die Kampfbahn hinter uns lassen, dann kommen wir zu dem Bereich, der tatsächlich gebaut wurde. Und da sehen wir zuerst einmal das Wasserbecken. Und wir haben auch ein schönes Foto, was wir vielleicht bei dieser Gelegenheit zeigen könnten, vom Wasserbecken. Da zeigt sich nämlich dieses Phänomen, das Völkerschlachtdenkmal spiegelt sich auf dem Wasserbecken. Und da habe ich lange drüber nachgedacht. Da käme mir jetzt wie oben so unten als erstes in den Sinn, zumindest wenn ich dieses Bild so sehe. Wie oben so unten das hermetische Gesetz, absolut. Und wenn wir davon ausgehen, dass jetzt das Bauwerk selber die geistige Welt darstellt, in ihren Hierarchien, in ihrer Ordnung, dann stellt die Spiegelung auf dem Wasser, sozusagen die Spiegelung des Geistes in der Materie dar. Und da gibt es eine Bibelstelle im ersten Buch Moses, was die Juden Bereshit den Anfang nennen. Da heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und aus meiner Sicht stellt diese Spiegelung des Bauwerks diesen über dem Wasser schwebenden Geist Gottes dar. Symbolisch natürlich. Und wenn wir den hier lokalisiert finden, dann bedeutet das, dass wir als Besucher praktisch, wenn man so will, hier am Beginn der Schöpfung sind. Also aus biblischer Sicht. Und das macht ja auch Sinn. Denn was kommt praktisch zeitlich gedacht? Nach Gott. Aus Gott fließt die Schöpfung aus. Und so entsteht die Welt. Und wenn wir uns nun Gott annähern, müssen wir praktisch als Stufe, bevor wir zu Gott kommen, auch wieder durch diesen Prozess der Schöpfung. Wir durchlaufen ihn aber rückwärts. Während der Schöpfung fließt die Welt praktisch aus Gott aus. Nun gehen wir aber auf Gott zu. Jetzt muss man natürlich auch verstehen, wenn ich das so erkläre, wir tun das alles nur symbolisch. Natürlich nähern wir uns nicht Gott, wenn wir uns diesem Bauwerk nähern. Nur es ist der künstlerische Versuch, eben durch den Bau so einer Anlage diese recht abstrakten Gedanken oder Einsichten über das Wesen der Welt auszudrücken. Ich hoffe, das hat mich jetzt nicht zu hochgestochen ausgedrückt, aber es ist halt auch ein abstrakter Gegenstand. So ganz einfach lässt sich das halt auch nicht erklären. Ja, aber es wird schon deutlich, was du meinst. Das ist also im Prinzip ein Abbild der in der Bibel beschriebenen Schöpfungsprozesse. Kommen wir mal zum Denkmal selbst. Du hast schon gesagt, es wurde nicht von staatlicher Seite finanziert, sondern es gab private Finanziers, was ja auch schon wieder darauf hindeutet, dass es im Prinzip noch eine andere versteckte Botschaft haben kann. Das Denkmal selbst hast du dann auch noch mal genauestens untersucht. Und da können wir ja mal von unten nach oben, schlage ich vor, weil das ist wahrscheinlich der richtige Weg. Der Besucher geht ja unten rein und geht dann eventuell nach oben. Fangen wir mal unten in der Mitte an. Dort haben wir ja Erzengel Gabriel, das steht dort auch drüber. Michael. Erzengel Michael, selbstverständlich, ja. Der Schutzheilige der Deutschen. der dort sozusagen als Abbild offiziell dasteht, um sozusagen auch für die göttliche Wendung auf dem Schlachtfeld symbolisch zu stehen. Er kam dann halt den Deutschen oder den Völkern, die sich gegen Napoleon gewendet haben, zur Hilfe. Zur Hilfe, genau. Und in dem Zusammenhang übrigens auch interessant, die Sachsen an sich, es hat ja auf sächsischem Boden stattgefunden, diese Schlacht, aber die Sachsen haben ja erst in letzter Sekunde die Seiten aufgewechselt. Da gibt es ja, glaube ich, sogar ein englisches, äh quatsch, ein französisches Wort, was so viel bedeutet wie Verräter. Genau, Saxon ist im Französischen der Verräter, also der Sachse. Ähm, genau, ja, die Sachsen waren alliierte Napoleons. Das heißt, das Narrativ, was jetzt der Deutsche Patriotenbund hier verbaut hat, nämlich das deutsche Volk, vereinigt gegen den Feind von außen, das hat so gar nicht stattgefunden, weil, wie gesagt, einige der deutschen kleinen Staaten auch auf Napoleons Seite kämpften. Und wiederum an der Völkerschlacht, die auch ganz maßgeblich, zum Beispiel die Russen beteiligt waren, die auch die höchsten Verluste an Toten zu beklagen hatten. Der Erzengel Michael jetzt hier, der ist am Denkmalgebäude als so ein Monumentalrelief, in neun Meter groß ungefähr, dargestellt. Der ist insofern interessant, ich habe ihn auch den Schlüssel zum Arcanum genannt, weil er beide Lesarten des Denkmals zulässt. Er ist der Schutzpatron der Deutschen seit der Lechfeldschlacht 955 gegen die Ungarn. Da entstand die Legende. Und es macht insofern Sinn, wenn es hier um die Schlacht gegen Napoleon geht, ihn abzubilden. Er hat aber auch eine biblische Bedeutung. Da kommt er ja auch her, ist ja klar, er ist ja ein Erzengel. Und wenn wir die zugrunde legen und das Bauwerk, wie gesagt, als ein Heiligtum betrachten, als ein Tempel oder Gralsdom, dann macht es auch Sinn, dass hier der Erzengel Michael zu sehen ist. Denn der Erzengel Michael wird in der christlichen Tradition oder sozusagen kunstgeschichtlich häufig dargestellt als der Engel, der den Eingang zum Paradies bewacht mit einem Flammenschwert. Manchmal wird er auch dargestellt mit einer Waagschale in der Hand. Dann ist er sowas wie der ägyptische Anubis, der die Seelen in die Unterwelt geleitet. Und auf vielen Bildern sieht man den Erzengel Michael auf einer Art Schlange oder Drachen stehen. Das ist ein Symbol des Satans, denn er ist es, der in der Johannes-Offenbarung den Satan aus dem Himmel stößt. Und hier am Denkmal sehen wir ihn auf einem Pantherkopf stehen. Und das ist interessant. Wenn wir jetzt diese biblische Bedeutung zugrunde legen, sehen wir ihn praktisch über den Satan triumphierend am Fuße des Denkmalgebäudes. Und damit zeigt er uns, dass der Sturz des Satans, des Prinzips des Bösen auf die Erde gerade vollzogen wurde. Und dann sind auch die Schlachtenszenen, die links und rechts von diesem Relief dargestellt sind, vielleicht gar nicht mehr die Szenen aus der Völkerschlacht, sondern vielleicht aus der biblischen Endschlacht, aus dem Armageddon. Und das macht es spannend. Der Ernstengel Michael lässt beide Deutungen zu. Eine Sache möchte ich noch erwähnen. Man hat diesen Pantherkopf, der aus meiner Sicht ja den Satan darstellt, da hat man im Maul einen Eingang reingebohrt vor einigen Jahren, sodass man das Denkmal jetzt von dort betritt. Das war aber ursprünglich vom Bauhelm Clemens-Team niemals so angedacht. Und wenn man es auf dieser symbolischen Ebene betrachtet, weiß ich nicht, ob es so viel Sinn macht, das Heiligtum jetzt durchs Maul des Satans zu betreten. Vielleicht gibt es da bessere Wege, nämlich die eigentlich vorgesehenen. Das sind die Treppenaufgänge links und rechts vom Relief. Und ich könnte jetzt über die Grafik, die wir hier eingeblendet sehen, wirklich stundenlang erzählen. Wesentlich in dieser Sendung, die ja auch nur Vorgeschmack dann aufs Buch oder auf die Führung, die wir in Planung haben, darstellt, ist halt die Tatsache, dass das Bauwerk in verschiedene Bereiche untergliedert ist. Und diese unterschiedlichen Ebenen, Stockwerke und Bereiche sind, könnte man sagen, Sphären der geistigen Welt aus einem christlich-biblischen Verständnis, aber, und jetzt wird es wieder spannend, auch aus Sicht der Freimaurerei, denn sie spiegeln auch die einzelnen Lehrabteile, und man müsste sagen, oder auch gerade, in diesem freimaurerischen Lehrgebäude wieder. Und das sind natürlich Sachen, die kann der normale Besucher nicht wissen, nicht kennen. Und deshalb habe ich es ja halt auch im Buch niedergeschrieben, weil ich das Wissen möchte ich den Menschen zugänglich machen, weil ich es unheimlich spannend finde. Dass wir halt so ein Gebäude in Leipzig stehen haben, seit jetzt über 100 Jahren, und eigentlich kaum jemand versteht, was da symbolisch verbaut ist, weil man es gar nicht verstehen kann. Es hat ja nicht jeder irgendwie die Hochgrade der Freimaurerei durchlaufen. Und auch nicht jeder ist bibelkundig und nicht jeder kennt sich so in der Geschichte der christlichen Kunst aus, wie jetzt der Erzengel dargestellt wird und was das alles bedeutet. Aber diese Bereiche wollte ich mal darstellen und eben unserem Publikum zugänglich machen. Ich würde gerne mal noch auf die Spitze zu sprechen kommen. Beziehungsweise direkt darunter hat man ja diese zwölf angeordneten Soldaten oder Templer, ehrlich gesagt, war das mein erster Impuls, als ich als Kind das erste Mal das Völkerschlachtdenkmal gesehen habe. Ich habe mir die Figuren oben angedacht und dachte, es geht um irgendeine Schlacht im Mittelalter, weil das doch Mittelalterliche, das sind doch Ritter, die da dargestellt werden. Was haben die im Jahre 1813, passen die überhaupt nicht hin irgendwie. Und diesen Widerspruch habe ich bis heute irgendwie nicht so wirklich für mich aufklären können. Deswegen war für mich der erste Impuls, als mir damals gesagt wurde, ja, das ist der größte Freimaurerschrein Europas, hatte ich da irgendwie überhaupt keinen Zweifel dran, weil das sind doch Tempelritter da oben, oder? Absolut. Diese Ritter sind offiziell als Freiheitswächter bezeichnet. Das heißt, die sollen, das ist jetzt die exoterische, für die Öffentlichkeit zugänglich gemachte Bedeutung, Freiheitswächter sein, die die Freiheit des deutschen Volkes bewachen. So ist es natürlich, kann sein, dass die das auch unter anderem bedeuten, aber es ist relativ flach. Wir finden sie ja oben am Bauwerk. Das heißt, aus Sicht der freimaurerischen Gerade dieses Lehrgebäudes befinden wir uns dort auch im Bereich der oberen Gerade. Das sind schon die letzten Gerade der Freimaurerei, die dort dargestellt werden. Und die haben alle mit den Tempelrittern zu tun. Die Freimaurerei in jeder ihrer Lehrarten läuft ja darauf hinaus, dass offenbart wird, dass die Freimaurerei nur eine Tarnorganisation ist für die Fortführung des Tempelritterordens. Und dann wird es interessant, dass wir da oben dann auch Tempelritter oder überhaupt Ritterfiguren vorfinden. Und nochmal zur Spitze, irgendwie hat man das Gefühl, das ist ein bisschen unvollendet. Man hat dann einfach noch so einen großen Block draufgelegt. Man hätte ja irgendwie noch irgendwie was Pyramidiales oder was typisch Freimaurerisches nehmen können. Oder irre ich mich da gerade? Es ist was typisch Freimaurerisches, nur sehr, sehr versteckt und verschachtelt. Um zu verstehen, was dieser Schlussstein, der offiziell als Gipfelstein bezeichnet wird, da ist auch eine Aussichtsplattform drauf, er bedeutet, müssen wir nochmal kurz auf die Ritter eingehen. Diese Ritter, die dort stehen, sind zwölf an der Zahl. Und jeder steht, hat so einen Löwenkopf noch unter sich. Und aus meiner Sicht stellen sie das sogenannte himmlische Jerusalem dar. Das wird in der Bibel, in der Johannes-Apokalypse beschrieben. Das spielt auch in den höheren Lehrabteilungen der Freimaurerei eine Rolle. Und das himmlische Jerusalem hat zwölf Tore, auf denen jeweils zwölf Engel stehen. Und ich denke, dass symbolisch die Löwenköpfe die Tore symbolisieren und die Ritter diese Engel. Und wenn man diesen Gedanken einfach mal annimmt, im Buch führe ich ihn natürlich auch noch etwas detaillierter aus, dass das jetzt das himmlische Jerusalem ist, dann müsste man sich fragen, was kann denn noch als Ebene da drüber kommen. Und das ist aus meiner Sicht Jesus Christus. Zum einen gibt es in der Freimaurerei in verschiedenen Geraden einen sogenannten Schlussstein, auf Englisch heißt er den Keystone, der ebenfalls Jesus Christus symbolisiert. Zum anderen gibt es ein Symbol, den Kobus. Der Kobus ist ein Würfel und in der schwedischen Lehrart der Freimaurerei ist das auch ein Symbol für Jesus Christus. Diese Aussichtsplattform oben, der Gipfelstein, den kann man sich als einen halbierten Würfel denken. Dann hätte der praktisch eine materielle, für uns sichtbare Hälfte und eine immaterielle. Und genau diese Eigenschaften hat in einem gewissen Sinne ja auch Jesus. Jesus hat laut christologischem Verständnis zwei Naturen, eine materielle und eine göttliche. Er ist ja der fleischgewordene Gott, der Gottessohn. Und das sehen wir aus meiner Sicht hier an diesem Schlussstein angedeutet, dass das Jesus Christus ist mit seinen beiden Naturen, geistig und materiell. Und wenn wir jetzt praktisch das Bauwerk ganz erklommen haben und oben angekommen sind als Adepten, als Suchende, die Einweihung in die Mysterien erleben, dann und oben auf der Plattform angekommen sind, dann erleben wir symbolisch die Unium Mystica, die Vereinigung mit Gott als Jesus Christus. Wie gesagt, für die Zuschauer, die sich an diesen Weltbildern vielleicht stören, alles mit diesem unter dem Verständnis und Blickwinkel bitte betrachten, wie es einfach vom Bauherrn gemeint ist. Es ist ein Gedankengebäude, man muss da ja nicht dran glauben, aber es geht ja nur darum anzuerkennen, dass es aus dieser Sichtweise heraus hier so entstanden ist, das Bauwerk. Ja, vor allem auch diese Symbolik hat man ja auch relativ häufig, diese zwölf, was ja eine materielle Zahl, eine räumliche Zahl mehr oder weniger ist, mit dieser mittigen 13. Du hast Jesus und seine 13 Jünger oder König Harz und seine 12 Tafelritter oder auch Schneewittchen mit den zwölf Feen und die 13. ist dann die Böse. Also du hast halt immer dieses metaphorische Element des Übergangs. Dornröschen, aber du hast völlig recht. War das Dornröschen? Habe ich nicht Schneewittchen gesagt? Ich meine natürlich Dornröschen. Dornröschen hat auch so eine Symbolik, da sind es halt die sieben Zwerge. Also die sieben und die zwölf Zahl sind auch astrologisch. Die zwölf sind auch die zwölf Tierkreiszeichen. Die sieben, die klassischen Planeten unter anderem. Also man könnte das auch als ein Tierkreis-Symbol oben deuten. Naja, und auch in der Esoterik ist halt der Übergang von der 12 in die 13 beschreibt halt den Übergang von der Materiellen in die geistige Welt letztlich. Und das ist ja dann hier auch symbolisiert. Und wenn ich nochmal an das Bild denke, wo sich das Völkerschlagdenkmal im Wasser spiegelt, wenn man das jetzt quasi nochmal umdreht, das Ganze, dann ergibt für mich diese Plattform da auch irgendwie zumindest den Sinn, wie so eine Art Fundament, auf dem alles aufbaut. und nach oben. Und man könnte schon fast sagen, die Spiegelung im Wasser sieht auch so ein bisschen aus wie ein Kelch, wie ein Kral vielleicht auch. Absolut. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, das Bauwerk als symbolische, geistige Welt, gespiegelt in der materiellen Welt, als Kral, als Kelch, als Gefäß, was den Geist aufnimmt. Also da ist unheimlich viel drin. Und ich muss sagen, ich habe das Ganze ja praktisch von dieser Symbolik her untersucht. Es gibt noch zwei Bereiche, die ausstehen, die noch nicht untersucht sind, weil ich es nicht leisten kann. Das eine wäre die mathematische Betrachtungsweise. Ich bin mir sicher, dass dort ganz viele Zahlenverhältnisse noch zu entdecken sind. Und die andere ist die der Radiästhesie, wenn man es nochmal energetisch untersucht. Das habe ich nur ansatzweise gemacht. Es gibt einen Innenbereich, die Krypta mit einem Mittelpunkt. Und der ist für die Öffentlichkeit gesperrt. Ich hatte aber mal die Möglichkeit, mich dort hinzustellen. Genau auf diesem Bild, da sieht man das jetzt sehr deutlich. Das ist jetzt eine Innenansicht. Und wenn man an diesem Mittelpunkt steht und ein bisschen feinfühlig ist, das ist jetzt natürlich sehr subjektiv, es wird nicht jedem so gehen, mir ging es aber so und auch den Freunden, die mich da begleitet haben, dann spürt man, dass das Bauwerk auf einen wirkt. Und dass es dort an diesem Punkt sein höchstes Wirkungspotenzial entfaltet. Und das fand ich auch eine sehr, sehr interessante Erkenntnis. Weil man sich ja auch fragen muss, was soll so ein Bauwerk? Soll es uns einfach nur etwas bildlich darstellen? Oder kann es auch in einem gewissen Sinne benutzt werden? Gibt es die Möglichkeit, es irgendwie zu nutzen? Und da habe ich mir in meinem Buch auch Gedanken gemacht, die kann ich jetzt ja nur anreißen, weil sie detailliert zu erklären, da müssten wir diverse Bibelzitate und so weiter uns anschauen. Aber ich bin dahin gekommen, dass ich der Meinung bin, dass man an diesem Punkt in der Krypta, also im Innenbereich, der jetzt gesperrt ist für die Öffentlichkeit, wenn man sich dort hinstellen würde, symbolisch eine Taufe durch den Heiligen Geist erfährt. Aber wie das genau funktioniert, ist dann im Buch näher erklärt. Das wird jetzt wirklich den Rahmen sprengen. Ja, und vor allen Dingen empfohlen sei ein Vorortbesuch, um das Ganze tatsächlich eben nicht nur so am Monitor zu erleben, weil wenn man da drin steht, es ist schon sehr imposant. kann man auf Fotos gar nicht wiedergeben, wie imposant das ist, wie man sich da fühlt. Und interessant, dass eben im Prinzip der energetisch interessanteste Punkt abgesperrt ist. Da braucht man quasi eine Audienz beim Völkerschlacht, wie heißt das, Werthorwächter oder wie auch immer, beim Kralswächter. Das ist ein bisschen schräg. Wie gesagt, ich hatte mal die Möglichkeit, mich da praktisch heimlich hin zu bewegen. Ich finde ja auch, also ich habe eine große Begeisterung für dieses Bauwerk und seine Symbolik entwickelt. Und es werden ja so deutsche Kulturgüter allgemein dem Zeitgeist folgend so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und mir ist es auch einfach ein Anliegen, durch das Buch, durch die Sendung, durch die Führungen, die ich dort gebe und die wir ja auch mit NuWi so noch in Planung haben für die Zukunft, Menschen dafür zu begeistern, auch für unser eigenes kulturelles Erbe. Denn das Völkerschlachtdenkmal ist ein Teil davon. Und das ist super interessant und lohnt, wirklich besucht zu werden, nur eben mit dem nötigen, geistigen Hintergrund, dass man versteht, dass da mehr verbaut ist, als jetzt eine bloße Erinnerung an eine Schlacht, die bei Hollywood nicht mal mehr der Erwähnung wert ist. Wie war, wie war? Gibt es eigentlich Filme, die die Völkerschlacht irgendwie darstellen? Irgendwie so bekannte, monumentale Filme mit berühmten Schauspielern? Ehrlich zu sein, nicht, dass ich wüsste. Es wird ja immer die Schlacht, als eine große Niederlage Napoleons, wird ja immer die Schlacht bei Waterloo gezeigt, wo die Briten ihn besiegen. In Wahrheit haben die Briten ihn mithilfe der Preußen besiegt. Das wird bei Hollywood dann auch gerne vergessen. Und zum anderen waren, also die beiden großen Niederlagen waren eigentlich Moskau, wo der Russland-Feldzug scheiterte und dann in der Folge als finaler Schlag gegen Napoleon eben die Völkerschlacht. Und wenn das dann aber so in einem anglophilen Weltgeschichtsbild, wie Hollywood das gern so darstellt, ausgeblendet wird, finde ich es schade. Und ich sehe unsere Aufgabe hier als Betreiber von Alternativmedien auch da drin, eben dann auch mal alternative Sichtweisen zu zeigen. Und zum einen Völkerschlacht bei Leipzig, super wichtiges welthistorisches Ereignis. Und zum anderen geistiges Bauwerk mit ganz engen Bezügen eigentlich zur christlichen Mystik, zur Freimaurerei, zur esoterisch-geistigen Lehre überhaupt. Also wir müssen, um uns vertiefend mit esoterischen Lehren zu befassen, nicht nach Indien fahren. Besuch in Leipzig reicht schon. Hier haben Brüder Freimaurer vor 100 Jahren wirklich einen Monumentalbau hinterlassen, der zu denken gibt. Absolut. Und wir werden es dieses Jahr auch ermöglichen, dass du, Charles, wer auch immer das möchte, Führungen gibst im Völkerschlachtdenkmal. Mal schauen, wie wir das verbinden. Es ist ja gar nicht so weit entfernt vom Nuviso-Studio. Und da kann man ja das ein oder andere Event, Tages-Event für Interessierte andenken. Haben wir auch bereits. Genaue Termine stehen noch nicht fest, aber es wird kommen. Ja, und ich freue mich tierisch da drauf, weil das ist ein Bauwerk, man muss es praktisch wirklich erleben. Und in einer Sendung darüber zu erzählen, ist eine Sache, darüber zu schreiben, ist eine andere Sache, aber es Menschen vor Ort zu zeigen, das macht am meisten Spaß. Und zuzuschauen, wie die Besucher mal reinfühlen und was man wahrnehmen kann, das ist schon eine tolle Sache. Und ich freue mich total darauf, eine Art Nuviso-Mystery-Tour in unserer Lieblingsstadt Leipzig durchzuführen. Also das wird cool und das werden wir wahrscheinlich ja auch öfter machen, aber seid gespannt. Genau, Charles, vielen, vielen Dank und es sei noch mal hingewiesen. Geist in Stein, das Völkerschleifdenkmal Charles Fleischhauer. Ich freue mich über jedes verkaufte Buch. Ja, genau. Also wir verlinken es natürlich auch überall, wo geht. Kauft das Buch und wir hoffen, dass wir euch für das Thema anfixen konnten. Wir haben natürlich bei Weitem jetzt nicht alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Da gibt es, wie gesagt, noch viel mehr in dem Buch und dann demnächst hoffentlich vor Ort für alle Interessierten. Wir freuen uns drauf. Charles, vielen Dank. Ja, hat mir super viel Spaß gemacht, hier ein bisschen was zum Besten zu geben. Danke für die Gelegenheit, Frank und bis bald. Bis bald. Tschüss. Untertitelung des ZDF,